So etwas habe ich noch nie gegessen, aber ich muss sagen, dass es glücklich war. Das freut mich, dass Sie zufrieden waren. Ihr Restaurant ist echt eine Entdeckung. Ja, der Abend war wunderbar. Wir kommen auf jeden Fall Winter. Vielen Dank. Waren Sie schon mal in der Regier? Nein, wir sind das erste Mal auf Tenerife. Seit wann Sie gehen auf den Inseln? Wir sind vor einer Woche angekommen. Sind Sie gut unterwegs? Ja, toll. In einem wunderschönen Hotel in Garantico. In der Quinta Roja? Ja, genau. Das Hotel ist klasse. Die Stimmung ist sehr familiär. Und die Menschen sind sehr freundlich. Und die Besitzerin Paloma ist eine wunderbare Mensch. Sie ist professionell und immer hilfreich. Wir sind sehr zufrieden mit der Unterkunft. Das hört mich sehr. Der Quinta Roja ist einer der besten Hotel in der Inseln. Und wie lange bleiben Sie hier? Wir bleiben noch zwei Wochen. Was haben Sie denn schon unternommen? Wir gehen am liebsten Mandeln oder an der Stand Schöne. Aha. Dann wissen Sie vielleicht, dass das Tenergebild ist besonders schön ist? Und dass man unter der Tener gut waden kann? Wir haben von Maske gehört, aber wir waren noch nicht da. Es ist idyllisch. Man kann Wosten von Maske installen und durch die Maske schlucht hinunter. Bis zum Strandfaden. Der Wanderfest ist spektakulär. Das klingt wunderbar. Hatten Sie vielleicht eine Bruchschule? Nein, nein. Die Bruchschulen bekommen Sie in der Touristeninformation hinunter bis zum Rathaus. Gut. Vielen Dank von hier beim Heimweiß. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Anfang an. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.